Herzlich Willkommen zu Menschenbilder, der Sendung im Kontrafunk. Mein Name ist Giuseppe Grazia. Heute darf ich einmal mehr in unserer Sendung begrüßen, Bischof Marian Eleganti aus der Schweiz. Bischof Marian, guten Tag. Guten Tag, liebe Hörer und Hörerinnen. Wir wollen heute sprechen über die Menschenwürde und auch über die Menschenrechte, die ein Ausschluss der Menschenwürde sind. Wenn ich den Grundgedanken der Menschenrechte auf Wikipedia nachschaue und auf Google, dann steht da, ich zitiere, der Grundgedanke der Menschenrechte ist, dass jede Person allein aufgrund der Tatsache, dass sie oder er ein Mensch ist, Würde besitzt. Das ist die Definition, die wir im Internet finden zum Thema Menschenrechte. Diese Würde, wie kann man die eigentlich begründen? Ich denke, es gibt zwei Quellen. Die erste ist die Vernunft, die menschliche Vernunft, die ja auch dann das sogenannte Naturrecht hervorbringt. Das Naturrecht ist eigentlich wie ein zweiter Name für die gemeinsame Vernunft. Es will sagen, es ist etwas wahr und gerecht für alle und nicht nur kulturell bedingt oder abhängig, je nach Kultur gilt es oder gilt es nicht, dann könnten vielleicht die Chinesen sagen, wir haben eine andere Staatsräson, wir haben ein anderes Verständnis von Gesellschaft und von der Bedeutung des Staates und so weiter. Wir stehen in einer anderen Tradition, nicht in der christlich-westlichen Tradition, mit der französischen Revolution, mit der Aufklärung, mit den biblisch-jüdisch-christlichen Wurzeln. Und wir machen das hier so. Das heisst, wenn das unseren Zielen oder der Staatsräson dient, können wir diesen oder jenen Denker auch verhaften oder foltern oder einfach umbringen, weil für das Ganze ist es gut. Und dann sieht man, dass die Würde einem zugesprochen wird oder auch genommen wird oder dass sie überhaupt nicht gilt oder dass sie nur regional gilt oder nur kulturell anerkannt wird, je nach kulturellen Wurzeln. Und in dem Sinn ist dein Zitat sehr bedeutend, weil es sagt, die Würde des Menschen ist intrinsisch. Das heisst, sie ist in seiner Natur eingestiftet. Qua Mensch als Mensch besitzt er das, allein aufgrund seiner Zugehörigkeit zum Menschengeschlecht. Und das ist sehr wichtig, weil das ist alles dann ganz unabhängig von der positiven Rechtsetzung. Das Recht kann immer auch positiv Unrecht werden. Also die Nationalsozialisten haben andere Gesetze gemacht und nach diesen Gesetzen waren die Juden Untermenschen. Oder Bürger zweiter Klasse, wie im Islam, es sind die Christen, die Juden, Bürger zweiter Klasse. Und das ist also eine positive, positiv jetzt im philosophischen Sinn, nicht im Sinn von gut oder schlecht, sondern es ist eine positive Rechtsetzung. Da wird dir die Würde als Bürger zugesprochen oder genommen oder sie wird dir halbiert, sozusagen. Und dann bist du in einer Klasse drinnen, wie im Hinduismus, die Klassen, da hat nicht jeder gleiche Würde, obwohl alle Menschen sind und als Menschen geboren werden, nackt in die Welt kommen und so wieder aus dem Leben scheiden. Aber die Kasten nehmen dir diese Würde oder machen eine Hierarchie der Würde. Und das ist natürlich fatal. Interessant, dass du die Chinesen erwähnt hast. Ich hatte vor ein paar Jahren einen Austausch mit einem Kleriker im Vatikan in der Kurie und der hatte mir erzählt, dass man weiss aus den diplomatischen Beziehungen dieser Länder, also nicht nur China, sondern andere asiatische Bereiche auch, dass man dort die Menschenrechte als europäischen Sonderweg betrachtet. Also das Universale, daran lehnen die ab, das ist für sie nicht universell, sondern es ist ein europäischer Sonderweg, immer eine Kultur, eine christlich-jüdische oder so. Wir sind erstens in der Minderheit, sagen die, und zweitens werden wir verschwinden. Ja, man sieht, was dann die Ergebnisse sind, wenn es mal zu dieser Regionalisierung von Wahrheit kommt. Also eine Wahrheit ist einfach wahr, weil sie wahr ist. Und sie gilt universal, synchron und diachron. Also gleichzeitig für alle und durch alle Zeiten für alle, weil es einfach wahr ist. Das könnte man auch von der Gerechtigkeit sagen. Eine Sache ist gerecht oder sie ist nicht gerecht. Aber was kann man den Chinesen sagen? Der Vatikan hat natürlich gesagt, das kommt vom Gott, das könnte er nicht verhandeln. Nein, aber ich würde dann eben mit der Vernunft beginnen, mit der goldenen Regel. Die ist ja eigentlich ein universales, moralisches Gut, ein ethisches Prinzip, das seit der Antike gilt und das eigentlich jedem Menschen unmittelbar einsichtig ist. Diese Regel hat verschiedene Formen, Ausdrucksweisen, aber es geht immer um das Gleiche. Was du nicht willst, dass man dir antut, dass du auch nicht einem anderen an. Und schon mit dieser goldenen Regel kommt man vernünftigerweise sehr weit. Da muss man eben eine Ordnung schaffen, die gerecht ist und die die verschiedenen Interessen miteinander abgleicht und dadurch den Frieden hervorbringt. Aber kann man das begründen, weisst du? Weil diese goldene Regel setzt ja voraus, dass jeder Mensch die gleiche Würde hat. Das setzt es eigentlich schon voraus. Und aus diesem Grund sollen wir so... Nein, es ist eine Handlungsanleitung. Behandle alle so, wie du selbst behandelt werden willst. Ja, aber das heisst ja, die anderen sind wie du selbst, oder? Das ist vorausgesetzt. Aber diese Voraussetzung wird ja infrage gestellt. Gerade von den Chinesen oder auch im Islam gibt es Leute, die sind mehr wert als du. Im Hinduismus auch. Und dann musst du das sicher nicht tun. Also diese Handlungsanweisung ist ganz klar europäisch-christlich oder jüdisch. Also auf jeden Fall setzt es schon voraus, dass jeder gleich ist. Und diese Voraussetzung wird ja infrage gestellt. Und ich sehe zwei Bereiche, wo sie infrage gestellt wird. Außerhalb des Westens, oder? Wie die Chinesen oder der Islam. Und innerhalb des Westens von den Materialisten, die sagen, der Mensch ist auch nur ein Tier, ein komplizierter Affe, oder? Ja. Und aus beiden Bereichen resultiert das Gleiche, nämlich, dass es eben nicht universal ist und dass man verhandeln muss darüber und dass man Bedingungen daran knüpfen muss und so weiter, oder? Ja. Du sagst, kulturelle Bedingungen gibt es bei uns also auch. Peter Singer, ein bekannter jüdischer Denker, sagt ja, die Würde oder die Menschenrechte müssen jetzt vom Menschen losgelöst werden. Und der Begriff der Person muss auch auf Tiere ausgeweitet werden. Menschen, die noch nicht geboren sind oder Menschen im Koma, haben keine Rechte dann. Aber dafür Delfine zum Beispiel, wenn sie intelligent sind, oder? Ja. Also das gibt es auch bei uns, diese Infragestellung. Ja, ich glaube, man muss auch immer ein wenig achten, wohin eine Gedankenkette führt. Weil es wird dann plötzlich tödlich, das Denken. Und da müsste man eigentlich merken, dass da etwas nicht stimmt. Weil die Menschenrechte wurden ja interessanterweise nach der Erfahrung des Holocausts und diesen unglaublichen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg durch die Nationalsozialisten. Aber andere haben natürlich auch Verbrechen begangen. Im Krieg begehen alle Verbrechen. Aber unter dem Eindruck, es war doch eine kollektive Erschütterung. Da, so ein Bewusstsein, das dann plötzlich im Raum stand, das nie wieder so etwas. Und warum konnte das sein? Weil man genau so argumentiert hat wie du, oder? Also wie Peter Singer. Naja, Entschuldigung, wie du referiert hast, entschuldige. Natürlich nicht deine Position. Aber ja, auch schon vorher, wenn man nicht anerkennt, dass wir alle Menschen sind, weil wir zu diesem Menschengeschlecht gehören, und dass wir durch diese Zugehörigkeit zum Menschengeschlecht alle gleich sind, dann landet man eigentlich dann in diesen Auswüchsen des Verbrechens, wo eine Minderheit oder eine Mehrheit andere Menschen instrumentalisiert oder eliminiert, um die eigene Herrschaft zu etablieren oder den eigenen Zwecken und Interessen zu dienen. Und der Mensch wird dann diesen Interessen untergeordnet und dann heiligt auch der Zweck die Mittel sozusagen. Und das sind ja alles Erfahrungen in der Geschichte, die wir doch schon kollektiv in mehreren Perioden der Menschheitsgeschichte gemacht haben, dass der Zweck die Mittel nicht heilt, dass man einen Menschen nicht instrumentalisieren kann, um irgendein definiertes Gut zu erreichen, dass man dabei über Leichen gehen kann sozusagen. Ich glaube, das widerspricht auch dem Gewissen. Alle Menschen haben ein sogenanntes Urgewissen. Sie wissen, das Gute ist zu tun, das Böse ist zu lassen. Und natürlich muss jetzt definiert werden, was ist gut und was ist konkret böse. Aber wenn man so gegen die Göttlichkeit der Wahrheit, gegen die göttliche Ordnung, die in allem drinnen ist und die auch, wie Paulus sagt, mit der Vernunft erkannt werden kann. Es ist also nicht einfach nur Offenbarung, wie wir argumentieren am Ende aufgrund der jüdisch-christlichen Offenbarung. Man kann sie auch mit der Vernunft erkennen. Und wenn man vor einem KZ steht, dann kann man einfach nicht mehr so philosophieren, finde ich. Und das hat man in der Philosophiegeschichte der Gegenwart eigentlich auch behauptet, dass nach dem Holocaust einfach nicht mehr gleich philosophiert werden kann wie vorher. Ich glaube, der Holocaust ist ja der Zusammenbruch der Zivilisation mitten in der Zivilisation, ein Abgrund der Barbarei mitten in der Zivilisation. Aber was der Holocaust zeigt, meiner Meinung nach, ist nicht, dass man dann nicht mehr philosophieren kann, sondern dass die Philosophie, die man hat, tödlich wird, wie du vorher gesagt hast, das Denken wird dann tödlich. Die Juden haben eine Kippa, um zu zeigen, über dem Kopf ist noch Gott. Und wenn du diesen Gott nicht hast, der dir sagt, gewisse Dinge gehen einfach nicht, du tust das einfach nicht, die Zehn Gebote zum Beispiel, wenn du das nicht hast, dann sagt es eben der Staat oder die Kultur oder irgendein gescheiter Peter Singer oder wer auch immer. Und dann geht es eben plötzlich. Dann kann man Leute umbringen und sie als Tiere betrachten und so weiter. Also das ist eben keine theoretische Frage. Es ist eine sehr praktische, dämonische, bösartige Frage. Die Grundfrage lautet für mich, in diesem Thema, kann man überhaupt Menschenrechte, Menschenwürde begründen und retten und festhalten und stabilisieren ohne Gott? Weil der Western macht dieses Experiment seit 200 Jahren, dass man jetzt ohne Gott versucht da irgendwie. Und wir werden in die Wand fahren, oder? Ich persönlich glaube es nicht und schon aufgrund rein von Beobachtung. Sobald diese Autorität Gottes sozusagen entsorgt wird, dann ist eben der Mensch nicht mehr Gott unmittelbar. Jeder Mensch ist Gott unmittelbar und deswegen ist er unantastbar. Und deswegen ist seine Würde absolut unantastbar, weil jeder Mensch von Gott gewollt, geschaffen, geliebt und in einem unmittelbaren Verhältnis zum Absoluten steht, dass Gott selber ist. Und Gott ist vom Wesen her die Wahrheit, die Gerechtigkeit, die Heiligkeit, die Liebe in Person und auch der Garant für Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe. Er ist auch der Richter. Der Garant und der Richter. Der Unterrichter, ganz klar. Das hat ja schon Nietzsche gesehen und für mich ist Nietzsche in diesem Punkt einer der redlichsten Denker. Der hat ganz genau gewusst, was Gottes Liebe ist und was Atheismus bedeutet und was es bedeutet, wenn Gott für tot, also nicht existent zu erklären, also einfach Gott abzuschaffen als eine Schiffer, als eine unnütze Idee des Menschen. Und es ist auch interessant, warum der Mensch diese Idee nicht definitiv entsorgen kann. Wie ein Korken, wie ein Schwimmer kommt es immer wieder nach oben, einfach weil es wahr ist. Aber er hat gesagt, er nimmt Gott weg, also erklär Gott für tot und wir haben ihn getötet, das heisst, wir haben ihn abgeschafft, wir glauben nicht mehr an ihn. Der Mensch ist das Mass der Dinge, der Mensch ist der Weg, der Mensch bestimmt und definiert sich selbst. und er sagt, was gut und böse ist, das ist ja schon im Paradies, die Versuchung selber zu definieren, was gut und böse ist, das heisst, was Gesetz ist, was nicht Gesetz ist und so. Das ist die Urversuchung und Nietzsche hat ganz genau gewusst, das hat er ja auch gesagt, wenn man das macht und weckt ihn, dann ist alles erlaubt. Dann ist alles erlaubt? Ja. Dann geht alles mit irgendwelchen Begründungen. Ich kann auch Millionen in Nagasaki oder in Hiroshima in die Luft jagen und sagen, das hat den Krieg beendet, das ist gut. Also das wird sehr gefährlich und es wird auch wirklich sehr tödlich und es geraten da sehr viele Menschen unter die Räder, Kranke, Kinder, Unschuldige und so weiter oder auch Menschen, die für die Gerechtigkeit einstehen. Der Mensch hat eben doch ein Gewissen und er merkt die Widersprüche. Interessant, bei den Nazis, wenn du sagst Gewissen, das habe ich mal im Unterricht gelernt, das gibt Überlieferungen, dass die Nazis in den Jugendschulen, Nazi-Jugend und so, den Kindern gesagt haben, unser Gewissen heisst Adolf Hitler. Ja, das ist so. Die haben also gewusst, man muss das Gewissen zerstören oder deformieren, oder? Die haben das gewusst. Alle Ideologien oder Machtsysteme arbeiten mit einer Art Gehirnwäsche. Deshalb beginnen sie auch immer mit der Sprache. Das ist in der Gender-Theorie überall so, oder? Im Marxismus, im Leninismus ist das so. Man beginnt immer mit der Sprache, indem man gewisse Begriffe eliminiert, nicht mehr benutzt, oder so benutzt, dass sie etwas ganz anderes sagen, oder dass sie die Realität kaschieren. Also wenn man sagt, ja, so umquique, das ist ja jetzt gerade eine Debatte in Deutschland, jedem das Seine. Das war ja ein Prinzip des römischen Rechts, also der antiken Römer. Und ich finde es eine geniale Formulierung von Gerechtigkeit. Jeder bekommt das, was ihm zusteht. Entschuldigung, welche Debatte meinst du in Deutschland gerade? Björn Höcke, der hat in einer Rede, in einem Dreiklang, alles für die Heimat, alles für Deutschland, hat er alles für Deutschland benutzt. Anscheinend eine Formulierung, die auch die Nationalsozialisten benutzt haben. Und diese Verhandlung ist jetzt paradoxerweise in einem Gerichtsgebäude, auf dem steht, jedem das Seine. Und genau diesen Slogan haben die Nazis über das KZ Buchenwald geschrieben. Jedem das Seine. Das heisst, über dem Gerichtsgebäude drückt es die Gerechtigkeit aus. Jeder bekommt das, was ihm zusteht. Dem Schuldigen die Strafe und dem Unschuldigen die Gerechtsprechung. Das ist Gerechtigkeit. Jedem das Seine. Das ist 2000 Jahre alt. Das ist eine geniale Kurzformel, auf den Punkt gebracht. Und das steht über dem Gericht dort. Und es ist ja auch richtig, dass es dort steht. Aber wenn jetzt die Nationalsozialismus so einen Satz oder ein Wort nehmen und es über den Eingang eines KZ, dann ist es Zynismus. Und dann wird die Ungerechtigkeit sozusagen als gerecht erklärt. Und das ist die Entkernung. Das ist wie in der Mikrobiologie. Man nimmt aus der Zelle den Kern heraus, den ursprünglichen, und impft sie mit einem fremden Kern. Es ist nicht mehr das drinnen. Und so agiert immer wieder die Ideologie. Sie nimmt noch die gleichen Worte oder sie verbietet sie überhaupt. Aber wenn sie sie noch braucht, füllt sie das Ganze mit etwas anderem. Und das ist eine Art Manipulation und Beeinflussung, eine Art Gehirnwäsche, die da vollzogen wird durch die Sprache oder durch die Wiederholung. Glaubst du, dass die Idee der Menschenwürde, der Person überhaupt, dass eine Person die Würde hat, nur allein deswegen, weil sie Mensch ist, oder? Dass das in Gefahr ist im Moment jetzt in Westeuropa? Ja, auf jeden Fall. Wegen dem Verdunsten des Christentums, oder warum? Wegen dem Verdunsten des Christentums, nach meiner Meinung eindeutig. Das kann man einfach beobachten, weil wenn Gott nicht mehr relevant ist und das Christentum steht, für die Priorität Gottes, steht für die Gottebenbildlichkeit des Menschen, steht für die Personalität des Individuums, ist eine Person von Anfang bis zum Schluss, steht für die Absolutheit dieser personalen Würde, dass sie nicht angetastet werden kann, das heißt, sie ist nicht abhängig, ob ich intelligent oder weniger intelligent, gebildet oder ungebildet bin, ob ich im Westen oder im Osten wohne, ob ich bewusstlos bin oder bei Bewusstsein, ob ich genussfähig bin in meinem Leben oder nicht mehr genussfähig, dann hat es auch keinen Sinn mehr. Und wenn es dann noch viel kostet, mich zu pflegen, ist es besser, wenn ich aus dem Leben scheide oder wenn ich aus Barmherzigkeit euthanasiert werde. Das ist ja alles schon historisch, alles schon da gewesen und es wird auch immer wieder begründet. Die Nationalsozialisten hatten auch die Frechheit, sozusagen ihr Euthanasie-Programm mit der Barmherzigkeit, mit der christlichen, evangelischen Barmherzigkeit zu legitimieren oder quasi zu kaschieren, zu übertünken. Es wird zynisch, es wird tödlich, es wird unerträglich. Und ich finde, man hätte, also jenseits von Philosophie, hätte man doch eigentlich schon genug Anschauungsmaterial, um zu sehen, dass das einfach ein falsches Denken ist und dass das wirklich für die Menschen in eine unglaubliche Ungerechtigkeit hineinführt, die evident ist. Man kann diese Ungerechtigkeit mit Händen fassen und das muss auch ein Chinese einsehen, natürlich, weil es geht ja dann, hast du das gesehen, wie da ein bedeutendes Parteimitglied, also ein ganz hoher Funktionär, vom Xi Jinping, da einfach hinaus befördert wurde. Der sass neben ihm und plötzlich stehen zwei schön gekleidete Herren und führen den hinaus und der kommt gar nicht mit und sagt, was ist da los? Und wehrt sich, aber die Macht entzeugt ihn. Das heisst, diese Art der Respektlosigkeit, die vor nichts Halt macht, die alles den Interessen und der Macht unterordnet, die richtet sich plötzlich auch gegen dich. Es kommt dann immer darauf an, wer ist gerade am Drücker. Aber wie erklärst du dir dann? Es sind zwei Phänomene, weil ich teile deine Diagnose, dass wir eine Krise haben des Glaubens und daher auch eine Krise des Begründens der Menschenwürde, die absolut unteilbar, unverhandelbar und universell ist, oder? Eine Krise, und zwar intern, weil ja die Materialisten glauben, wir sind so, so komplizierte Affen und dann ist es schwer, das zu begründen, dass man mehr Recht hat als ein Affe. Das ist halt schwierig. Und dann extern, die Chinesen, der islamische Raum, der ganze hinduistische Raum, eigentlich im Prinzip die Mehrheit global gesehen ist eigentlich nicht auch auf unserer Seite, oder? Also wir sind in der Krise, ich teile das, aber es gibt zwei Phänomene, die widersprüchlich dazuscheinen. Erstens, innerhalb des Westens werden immer neue Menschenrechte erfunden. Jetzt gibt es nächstens ein Recht auf Schutz vor der Sonne, oder? Wie wir erfahren haben aus dem EU-Raum, dass die Schweiz zu wenig macht, um mich zu schützen vor der Sonne. Jetzt ist der Staat quasi meine Sonnencreme, oder? Und das zweite Phänomen, also ein exponentielles Wachstum von Rechten und das Phänomen, das wir auch erleben, ist eine unglaubliche Nonchalance in der Begründung. Ja, nein, wir haben Menschenrechte, das haben wir jetzt, das bleibt jetzt auch, wir brauchen kein Christentum mehr, wir brauchen keine Kirchen mehr, das bleibt ja sowieso bestehen, das ist ja quasi, also wie komplett verblödet, die gucken nicht in die Welt hinaus und sehen, dass wir da eigentlich in der Minderheit sind und sie können es auch nicht begründen. Ich habe das in Gesprächen persönlich immer wieder erlebt mit Atheisten, dann sage ich, begründe mir doch mal die absolute Würde. Dann kommt, ja, es gibt ja Menschenrechtserklärung, ja, ja, klar, aber begründe mir die Erklärung. Und dann kommt nichts mehr, das ist nur noch gebrabbelt und interessant ist eben, es gibt keine Begründung, aber er wächst und wächst. Also ich gebe immer mehr Rechte, aber begründet wird es eigentlich nicht. Ja, man muss halt einfach eingestehen, dass die Offenbarung, die jüdisch-christliche Offenbarung, eben etwas ist, das sehr klein begonnen hat, wie der Sauerteig und langsam immer mehr durchsäuert hat und dass das ein Bewusstsein geschaffen hat, eine Lehre vom Gemeinwohl, ein Verständnis des Menschen, was in seiner gottebenbildlichen Würde und so und dass die Menschenrechte eigentlich ohne diese Vorgeschichte nicht denkbar sind und sie werden auch wieder verschwinden, wenn man diese Quelle wegnimmt. Es ist wie wenn die Pflanze die Wurzel verliert oder, ja, sie wird immer lahmer, sie wird immer lahmer und verdorrt schlussendlich, weil in der germanischen Kultur bei den Germanen gab es diese Würde des Einzelnen oder diese Gleichheit der Menschen noch. Bei den Römern konnte der Pater Familie, er konnte über Leben und Tod bestimmen, der Familienmitglieder, auch ob ein Kind lebt oder nicht lebt, ob es ertränkt wird, gleich nach Geburt und so weiter. Diese Herrschaft von wenigen über andere oder eines über einen anderen und so weiter. Das Christentum, also das Judentum, hat dann zum ersten Mal auch den Mord. Es geht ja dann am Schluss immer um einen Mord. Es werden immer Leute umgebracht für irgendwelche Ziele, entweder für meines oder dann für kollektive Ziele. Und die Todesstrafe, die wurde ja interessanterweise gerade mit der Gottebenbildlichkeit begründet. Das heisst, wenn einer einen anderen tötet, verdient er selber den Tod, weil er die Würde, die unantastbare Würde der Gottebenbildlichkeit dieses Opfers nicht anerkannt hat, verliert er sein eigenes Recht auf Leben. Aber ja, das war im Zusammenhang mit der Gottebenbildlichkeit begründet. Aber es gibt eben tatsächlich einen Link zwischen dieser Scheu, das Leben eines anderen anzutasten, wenn man Gott fürchtet. Josef in der Patriarchenerzählung vom heiligen Josef, der sagt, ich fürchte Gott. Das heisst, deshalb handelt er nicht sündig, obwohl er das Angebot hätte, ungerecht zu handeln oder die Ehe zu brechen und so weiter, tut er es nicht, weil er Gott fürchtet, Ehrfurcht, nicht Angst, weil er respektiert, weil er eben auch vor Gott steht, bei allem, was er tut. Und so ein Mensch verhält sich anders, als einer, der dann einfach in der freien Wildbahn, also wenn man nicht einmal mehr den Unterschied macht zwischen Mensch und Tier, dann sind wir wirklich in der freien Wildbahn. Aber wir haben doch Vernunft, was ein Tier nicht hat. Wir haben Freiheit, was ein Tier nicht hat. Es ist instinktgeleitet. Es hat kein Selbstbewusstsein in dem Sinn, dass es um seinen Anfang und um sein Ende weiss, wie der Mensch. Und wir haben Personalität, wir sind eine Persönlichkeit, die sich frei verhält, auch zu anderen und so weiter. Da muss man doch den Unterschied merken. Wir haben die Möglichkeit, die Welt zu ordnen. Das kann kein Delfin. Er ordnet nicht die Welt, aber der Mensch ordnet die Welt. Also diese Unterschiede nicht anzuerkennen, sondern aus ideologischen Gründen, mein man Klimaziele oder Ökologie, diese Tendenz, dann die natürliche Schöpfung zu vergotten und den Menschen wieder zu entkleiden, seine göttlichen Würde. Das ist irgendwie etwas sehr Paradoxales. Also die Welt wird immer göttlicher, die Pachamama oder die Mutter Erde und weiss nicht was, die wird immer göttlicher und der Mensch verliert seine Gottebenbildlichkeit, seine Würde. Er ist nicht mehr mehr als ein Tier, als ein Delfin oder ein Affe. Und das ist irgendwie so eine gegensätzliche, aber hängt miteinander zusammen, während Jesus noch gesagt hat, warum steht dann in der Schrift, ihr seid Götter. Also die Würde und natürlich das Christentum hat natürlich dann nach der Völkerwanderung und im Aufbau des mittelalterlichen Reiches und so weiter mit den Universitäten, die hatten ja auch ein intellektuelles Niveau, wo wir heute zum Teil totale Tieflieger sind, muss ich auch sagen. Auch ein bisschen manchmal eine Frage von Bildung in der Politik, dass man solchen Blödsinn erzählt oder so argumentiert oder dass man das glauben kann. Wenn ich denke, welches Niveau eine mittelalterliche Questio hat, wie die verhandelt wird, wie die durchbuchstabiert wird und so weiter, dann sind wir ja totale Tieflieger. Und wir haben vielleicht das Handy hervorgebracht, aber auf diesem anderen Gebiet sind wir total alt. Ja, man kann sich auch fragen, was nützt dir das beste Smartphone, wenn du nur Unsinn erzählst nachher am Smartphone? Ja, genau. Oder was nützt dir das Internet, wenn nur so Halbwissen und dumme Sachen da drin zu finden sind? Aber interessant finde ich ja an dem, was du sagst, Romano Guardini hat die Widersprüchlichkeit des modernen Menschen zusammengefasst in den zwei Begriffen. Eine Mischung aus Halbgott und Ameise hat er es genannt. Halbgott und Ameise. Und das ist so diese Widersprüchlichkeit, oder? Könnte es sein, dass wir ganz einfach verloren sind ohne Offenbarung, dass wir gar nicht wissen, wer wir sind? Ja, das ist eindeutig. Also dann ist der Mensch für jede Verblendung offen oder für jede Doktrin, die ihm indoktriniert wird. Und da kann man ja schon bei den Kindern beginnen. Es beginnen ja alle immer bei den Kindern. Also ein Kind in Gazastreifen lernt natürlich, dass die Juden die Bösen sind. Und umgekehrt kann das immer wieder der Fall sein. Also eine Art von Indoktrinierung. Also die Wahrheit wird euch freimachen. Und die Offenbarung bringt eben ein Licht in die Welt. Jesus nannte sich selber das Licht der Welt. und er hat ja auch mit seiner Botschaft und auch mit seinem Beispiel, wie er stirbt und was er lehrt, Feindesliebe und alles. Also das ist ja extrem. Liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, segnet die euch fluchen. Das ist total ein göttlicher Ansatz, das widerspricht jeder menschlichen Logik und auch den Gefühlen und den Interessen. Das ist wirklich ein Glaube, der die Welt besiegt. Er bringt etwas Neues, das hat eine performative Kraft, die das Herz verändert, das Denken verändert. Und strukturell wird man nie einfach einen besseren Menschen hervorbringen. Das ist ja der Irrtum im Marxismus, dass man meint, wir müssen die Strukturen verändern und dann kommt ein neuer Mensch hervor. Der Mensch bleibt erbsündlich. Wir haben ja in anderen Sendungen über das Böse gesprochen und alles. Die Strukturen bringen von aussen nicht einen besseren Menschen hervor. nur das Göttliche, die Wahrheit, die das Herz bildet und in die Pflicht nimmt. Und der Mensch ist nie mehr in die Pflicht genommen, als wenn er sich Gott gegenüber verantworten muss. Nicht einem anderen Menschen, der ja mit ihm auf Augenhöhe steht. Es kann ja nicht ein anderer Mensch das Mass der Dinge sein, vor welchem sich mein Gewissen verantworten muss. Der andere Mensch ist auch ein Mensch, wie ich, genauso irrtumsfähig und genauso unvollkommen und sündig wie ich. Warum sollte ich mich ihm gegenüber verantworten müssen für das, was ich denke oder tue? Also ich kann nur etwas Größerem gegenüber in die Verantwortung gerufen sein. Und das ist Gott. Das spürt man im Gewissen, dass es ein Gesetz über mir gibt. Dass nicht ich der absolute Gesetzgeber bin, der entscheiden kann, was gut und was böse ist. Aber auch der andere kann es nicht. Aber auch nicht eine Gruppe, die Grünen zum Beispiel, die können mir auch nicht sagen, was gut und böse ist oder es definieren. Nur Gott, nur das Bewusstsein, dass es über uns, und das ist auch mit der Vernunft zu erkennen, ein Gesetz gibt, das einfach absolut ist. Wahrheit, Gerechtigkeit, letztlich eben Gott. Kannst du eigentlich einmal erklären, vielleicht, wie die Würde des Menschen jetzt in der Lehre der katholischen Kirche begründet wird, weißt du, jetzt aus der Tradition heraus. Ich habe gelesen beim Dokument Gardium mit Space vom Zweiten Vatikanischen Konzil, die Kirche als solche sei Zeichen und Schutz der Transzendenz der menschlichen Person. Die Kirche als Zeichen und Schutz der Transzendenz der menschlichen Person. Deshalb wird sie auch oft bekämpft und als ein Gegner der Ideologie gesehen. Alle Ideologien sind auf die Kirche losgegangen. Das gilt für den Kommunismus, das gilt für den Nationalsozialismus, das gilt für die französische Revolution. Und es geht letztlich, weil sie natürlich ein Depositum Fidei hat, einen Glaubensschatz hat, den sie weitergibt, den sie behauptet, den sie auch zu bewahren sucht und der eben genau diese Grundwahrheiten hochhält. Erstens, der Mensch hat unantastbare Würde, weil er eben Bild Gottes ist, weil Gott ihn will, weil er mit Gott in einem Dialog steht, weil Gott ihn schützt. Er schützt sogar keinen, der es schwer gesündigt hat. Das Keinsmal ist ja ein Schutzmal durch Gott, dass andere ihm nicht eine Rache antun, die einfach überproportional ist und so weiter. Also, die Gottebenbildlichkeit, dadurch ist seine Würde unantastbar. Er hat eine Geistnatur, er ist mit Vernunft begabt, er ist nicht instinktgeleitet, Er hat Selbstbewusstsein und Freiheit. Er muss immer entscheiden, er wird nicht durch die Natur einfach geführt wie ein Tier, sondern auch in der Sexualität. Er muss die Sexualität gestalten. Sie ist nicht instinktgesteuert oder geordnet, sondern die menschliche Freiheit muss die Sexualität ordnen. Das gilt für alle Bereiche. Und er ist berufen, erlöst zu werden, das heisst, mit Gott verbunden zu werden, in Jesus Christus, dem Sohn Gottes, gleichgestaltet zu werden. Er hat eine göttliche Berufung durch Gott und dadurch ist er unantastbar und seine Würde ist unveräußerlich und sie ist universal. Sie gilt für jeden Menschen. Und das ist der Plan Gottes und diese Botschaft, die eigentlich eine gute Botschaft ist, die ja den Einzelnen schützt, die mir Würde gibt und die auch unsere Würde gegenseitig schützt, wenn wir sie gegenseitig anerkennen. Es kommt eine bessere Gesellschaft hervor, wenn ich diese Würde respektiere und jeden entsprechend dieser Würde, sogar noch den Feind entsprechend dieser Würde behandle, also zum Beispiel auch nicht foltere und so weiter. Und das gibt eindeutig eine bessere Welt. Und wenn das verblasst und wenn es dieses Göttliche nicht gibt und diese Autorität Gottes da weggenommen wird, dann ist es eigentlich nur noch eine Frage von Mehrheiten oder von Minderheiten, die sich durchsetzen, gegen Mehrheiten und die machen dann die Gesetze und die entziehen dir die Würde oder sie sprechen sie dir zu. Und das kann man in der Geschichte doch einfach sehen. Wenn man das nicht sieht, verweigert sich der Wirklichkeit. Und dass der Mensch aus der Geschichte nichts lernt, ist ja nichts Neues. Das haben wir ja jetzt gelernt. Also ich glaube, heute wird ja die Bedrohung der Menschenrechte oder der Menschenwürde wird ja im Namen der anderen Menschenrechte findet der statt. Also der Trick ist ja heute, dass man sagt, Menschenrechte sind nicht mehr Schutzrechte, oder? Gegenüber dem Staat. Also quasi eine Art Schutzraum, wo niemand rein darf und mir das wegnehmen. Also ich darf glauben, was ich will. Ich darf sagen oder denken, was ich will. Ich darf mich versammeln und so weiter. Und all diese Rechte, die wir haben. Das Lebensrecht als erstes zum Beispiel, das ich überhaupt leben darf. Und das wird ja infrage gestellt durch die moderne Sophisterei, indem man andere Menschenrechte in Stellung bringt dagegen. Das Recht der Mutter, jetzt kein Kind zu bekommen und dann darf man mich eben abtreiben und töten. Das Recht, sich selber umzubringen, weil es zu bunt wird und so weiter. Also das heißt, die Aushöhlung der absoluten Würde beginnt im Namen eines anderen Rechts, oder? Das ist das Interessante. Und ich glaube, der Beginn dieser Kette ist immer, dass Gott zuerst weg kommt. Oder? Der kommt zuerst mal weg. Das ist nicht der Gesetzgeber, sondern der Staat oder die Gemeinschaft. Und was du sagst mit der Mehrheit ist ja schon in den Evangelien. Ich erinnere mich an die Szene, wenn Pilatus Jesus fragt, was ist denn Wahrheit? Und Jesus sagt ja nichts mehr, weil er weiß, das bringt ja eh nichts, dem das Zöcklein. Und was macht Pilatus nachher? Er geht ja nachher zum Abstimmen. Wen wollt ihr hinrichten? Also den Parabas oder den Jesus oder wen auch immer. Und dann sagen die im Volk Jesus, oder? Also er hat ja keine Wahrheit, also muss er die Mehrheit suchen. Das stimmt genau. Ja, aber er ist sich dieses Verrates doch irgendwie bewusst, weil er die Hände in Unschuld wäscht. Da sieht man das Gewissen, man weiss es eben doch, dass eigentlich dieser Mensch den Tod nicht verdient, aber die Mehrheit will es. und er beugt sich der Mehrheit und gibt seine eigene Verantwortung ab. Er ist ja der Richter, nicht die Mehrheit. Er müsste ja gerecht sprechen, aber da sieht man einfach, dass menschliche Gerichte total fehlbar, manipulierbar sind. Und das gilt natürlich auch für die Gerichte, die wir heute kennen. Das Niveau ist unterschiedlich und die können politisiert werden oder sie werden so bestückt, dass dann plötzlich die Gerichte Gesetze machen und so weiter. Und das sind natürlich verhängnisvolle Entwicklungen, die wir beobachten können. Und auch kluge Geister sprechen sich gegen diese Entwicklungen aus und kritisieren das und tolerieren das nicht. Aber wenn es der Macht dient, dann macht man es eben. Aber eben menschliche Gerichte, wann sind die wirklich gerecht? Das kann es gar nicht geben ohne Wahrheit, oder? Nein. Also ich habe das immer so gelesen, dass der Pilatus hat ja keine Wahrheit. Deswegen fragt er ja, wieso, was ist das überhaupt, Wahrheit? Wovon redest du? Und da du keine hast, hast du nur Macht. Und um sie zu erhalten, brauchst du halt Mehrheit. Denn so habe ich die Szene gelesen. Ja, das ist immer so. Wenn man die Wahrheit wegnimmt, bleiben nur die Interessen. Und hinter den Interessen steht die Macht, die sie durchsetzen kann oder nicht durchsetzen kann. Und die wird sie auch mit Gewalt durchsetzen. Also die Interessen sind die Feinde der Wahrheit, die Dissidenten, die Märtyrer, so Menschen wie Julia Assange oder die einfach für Gerechtigkeit einstehen. Und die haben eine unglaubliche Kraft des Widerstandes, weil sie ein reines Gewissen haben, weil sie in ihrem Gewissen genau spüren, dass sie um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, um der Wahrheit willen, dass sie ein Stachel im Fleisch der Mächtigen sind oder der Interessen und dass das Recht auf ihrer Seite ist und dass sie selbstlos handeln, weil sie einen teuren Preis bezahlen, nur weil sie für die Wahrheit stehen oder für eine gerechtere Gesellschaft stehen. Und das sind grossartige Menschen und die haben das reine Gewissen, das gibt ihnen eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit, dass sie nicht zerbrechen. Können wir in Westeuropa jetzt bei uns überhaupt wieder dahin kommen, dass wir die Würde des Menschen wieder verstehen als eine an Gott gebundene Größe, sodass wir sagen können, wir brauchen wieder diesen Schutz und dieses Zeichen und Schutz, wie es im Konzil heißt, der Transzendenz der menschlichen Person, damit wir eben nicht dieser ganzen Mehrheitsspiel und diesen ganzen Zynismus verfallen. Ja, die Entwicklung kann wieder in eine andere Richtung gehen, das ist jederzeit möglich. Wir haben einfach eine, ich würde sagen, in den letzten 200 Jahren mehr und mehr so eine Form des Atheismus hervorgebracht, ein philosophischer, intellektueller Atheismus auf der einen Seite und einem praktischen Atheismus, dass man so lebt, dass Gott einfach keine große Bedeutung hat für einen, selbst wenn es ihn gibt oder man das vielleicht auch nicht ganz so dezidiert verleugnet oder in Abrede stellt, aber er hat nicht, man kann ihn nicht erkennen oder er hat keine Bedeutung für mich praktisch und das ist schon ein einzigartiges, für mich eskathologisches Phänomen, dass wir uns so von Gott, vom Christentum, von der Offenbarung abwenden in diesem unglaublichen, selbstgenügsamen und selbstherrlichen Atheismus, dass man eigentlich auch vor dem Heiligen keinen Respekt hat. In der Kunst kann man sich alles erlauben, aber meistens nur, wenn es gegen das Christentum geht, wenn es gegen den Islam geht, die gehen auf die Strasse und da fürchtet man dann die Reaktion und deshalb tut man es nicht, aber sonst herrscht da manchmal schon eine unglaubliche Ehrfurchtslosigkeit vor dem Heiligen, vor dem Glauben des Anderen, vor den Mitmenschen, auch in der Umgangsform, wie man kommentiert, wie man miteinander redet, in den Social Media, wie man öffentliches Eigentum behandelt, Züge und öffentliche Räume, das Littering und alles, das ist ja alles eine Verwahrlosung des Geistes, es ist eine totale Ehrfurchtslosigkeit, es ist ein Mangel an Herzensbildung, es ist manchmal auch unglaublich flach und dumm auch und man schämt sich vor früheren Generationen, die doch noch irgendwie Tugenden kannten und auch Tugenden einübten und den Kindern dem Nachwuchs Tugenden, sprich Anstand beigebracht haben und so weiter. Also insofern sind das für mich gesellschaftliche Zerfallserscheinungen auf intellektuellem Bildungsniveau, aber auch im Charakter, in der Herzensbildung und das kann schon wieder anders werden und natürlich ist das Evangelium das Salz der Erde und das Licht der Welt und es bildet, es bringt einen anderen Menschen hervor. Das Christentum, der barmherzige Samariter, das Gleichnis von barmherzigen Samariter hat einfach einen anderen Menschen hervorgebracht und das ganze Sozialsystem und das ganze Gesundheitswesen ist aus dem christlichen Evangelium hervorgegangen. Es waren Ordensleute und Bruderschaften und so weiter, die diese Formen der sozialen Fürsorge für kranke Aussätzige und 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 hervorgebracht haben, die auch die Wissenschaft vorangebracht haben, Albertus Magnus und andere geniale Leute, die Genetik wurde von einem Mönch entwickelt. Man könnte da so viele Beispiele bringen, wie das Christentum, das Evangelium, die Menschheit humanisiert hat. Und nimm es weg, umso inhumaner wird es wieder. Und wir kehren ja wieder zu den alten Götzen zurück, umarmen Bäume und früher waren die Germanen die Bäume als sakrale Städten verehrt, weil da ihnen in den Blättern irgendeine Gottheit wohnt und so weiter. Wir sind wieder nahe dran. Jetzt ist es der Klimagott, oder? Ja, die Mythisierung wieder der natürlichen Welt, der Umwelt, der Schöpfung, der Natur, die wird jetzt plötzlich wieder göttlich und der Mensch verliert wieder seine personelle Würde. Er ist ja die königliche Figur nach dem Christentum im Garten Eden, der die Tiere benennt, der es pflegen soll. Das ist ja ein Auftrag, die Schöpfung zu pflegen, behutsam mit dir umzugehen und so weiter, einen Garten Eden zu gestalten. Das gehört ja alles dazu, aber nicht so, dass man dem Menschen seine Würde nimmt und sagt, du bist nur ein Tier oder sogar weniger als ein Tier, weil ein Tier macht das nicht, was du machst. Das höre ich auch oft, die Menschen, die die Tiere besonders lieben, lieben sie, weil die Tiere quasi besser sind als das Raubtier Mensch. Was du sagst, leuchtet mir ein, auch deswegen, weil ja in der ganzen ökologischen Bewegung der letzten Jahrzehnte, würde ich sagen, haben wir gar keine Humane Ökologie. Es gibt eigentlich nur Umweltökologie. Man zorgt sich um die Tiere und die Umwelt und die Bäume und alles, aber der Mensch ist eigentlich gar kein schützenswertes schützenswertes Das hat ja Benedikt der Sechzehnte sehr genau gesehen und gesagt, warum gibt es da nur eine Umweltökologie, aber keine Humane Ökologie, auch im Umgang im Gesundheitswesen und so weiter oder eben im Umgang mit den Ungeborenen. Also man kann es so zusammenfassen, jetzt ein bisschen polemisch, die Leute, die sich sorgen ums Klima, das sind ja Millionen, auch Politiker und so große, wichtige Kreise und zwar, weil sie die Menschheit retten wollen vor dem Untergang, oder? sind die gleichen, sind aber für Abtreibung. Die gleichen Kreise, null Probleme mit Millionen von Abtreibungen jedes Jahr und wollen uns aber alle retten wegen dem Klima. Wieso eigentlich? Wieso soll die Menschheit überhaupt überleben? Nach der Logik von denen ist es ja sowieso nur eine Belastung für den Planeten, der Mensch, oder? Ja, ich weiß nicht, ob es nicht irgendwie eine Lüge ist, diese ganze Klimadebatte. Man will eine strukturelle Veränderung, die ist so ein bisschen marxistisch angehaucht. Man will die Gesellschaft umformen, einen starken Staat oder die grossen Investoren, die wollen globalistische Strukturen, damit ihre Kassen sich nicht lehren. Die sind natürlich auch um die Bewahrung und Vermehrung des Vermögens und der Macht bemüht. Ich glaube, das Klima wird nur benutzt, um so globalistische Strukturen hervorzubringen, wie die WHO, die durchregieren kann und wo die Nationalstaaten ihre Souveränität verlieren, wo alles parieren muss. Es geht um Controlling, QR-Codes und Digital IDs und so weiter, Zensur und nur, da sagt man ja um die Demokratie zu schützen, in Wirklichkeit nur um das eigene Narrativ durchzusetzen, darum geht es. Insofern ist alles ein bisschen verlogen und ich glaube nicht einmal, dass die die Welt retten wollen, sondern da geht es um handfeste Interessen, die auf diesem Zug aufspringen, weil man jetzt mit Klima-Lockdowns und so, das hat man ja schon in der Corona-Zeit angekündigt, ich habe meinen Ohren nicht getraut, wie kann man gegen Klima-Lockdowns verhängen und so weiter. Sollte man in China anfangen, nicht in Europa, aber ich fürchte, dort wird es nie einen Lockdown geben und auch kein Urteil, dass die zu wenig tun, aber vielleicht, wenn wir noch mal zum Schluss zurückkommen auf die Würde des Menschen, oder? Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Kardinal und der hat mir gesagt, dass man den Würdebegriff nicht mehr versteht, liegt daran, dass man alles mit dem Wertesystem versucht irgendwie zu erklären, aber der Mensch ist nicht ein Wert. Ein Wert ist immer relativ oder zu irgendetwas anderem, der Mensch ist eine absolute Grösse, eine Würde eben, aber er hat, wie gesagt, in diesem Gespräch, diese Differenz wird fast nicht mehr verstanden in einem säkularen. Ja, die hat ja Kant so deutlich ausgearbeitet und solche Bildung oder solches Wissen geht verloren, weil alles, was einen Wert hat, kann man irgendwelchen Zwecken unterwerfen und man kann diesem Wert zusprechen oder absprechen, aber Würde ist eben intrinsisch, die ist absolut und Kant hat das ganz klar gesagt und das war ja jetzt ein sehr vernünftiger, auch vernunftbasierter Denker und der wollte ja das als eine Erkenntnis der Vernunft, ist diese Philosophie, es ist jetzt nicht einfach die Voraussetzung, dass ich gläubig bin, aber natürlich denkt er auch vor dem Hintergrund, unser Denken hat einen Sitz im Leben und wir gehen aus vielen Denkern hervor, unser Denken ist geformtes Denken und so weiter, aber das hat er doch auch in diesem Lichtkreis der Offenbarung, dass er vernünftigerweise das sagt, dass der Mensch hat eben nicht Wert wie eine Sache, die ist so und so viel wert, sondern er hat eine Würde und die kann einfach nie verzweckt werden, er ist immer Selbstzweck und deshalb ist das universelle Gesetz den anderen immer als Selbstzweck, nie als Mittel zum Zweck zu gebrauchen oder geschweige dennoch umzubringen, ihm das Leben zu nehmen und das sind schon auch Errungenschaften der Geistesgeschichte, die wir nicht verlieren sollten und deshalb müssen wir davon reden und dafür einstehen. Was kann denn die Kirche für die Zukunft besser tun, um jetzt wieder Zeichen und Schutz der Würde des Menschen zu werden? Ja, ich glaube ja, die Kirche lebt nur durch Zeugen, durch Persönlichkeiten, durch ihre Authentizität und großartige Christen gibt es in allen Bereichen des Lebens, Philosophen, Ärzte, Arbeiter, Handwerker, Familienväter, Ehelose, Dichter, Poeten, Musiker, überall hat es im Laufe dieser 2000 Jahre Christentum, großartige Heilige gegeben, authentische Persönlichkeit und die waren jeder für sich ein Licht für die Welt und für ihr Umfeld und die haben zum Teil Fingerprinz, die über Jahrhunderte gehen oder also das ist wirklich Welt verdessen und verändern, wenn ich ein besserer Mensch werde und wenn ich da, wo ich stehe, eben heilig lebe und auch den anderen Mitmenschen genauso behandle und das macht eine heile Familie aus, eine gute Verwandtschaft, das ist die Voraussetzung für gute Freundschaft und das bringt eine bessere Politik und eine bessere Gesellschaft davor. Es beginnt beim Einzelnen im Herzen. Ein perfektes Schlusswort für unser Gespräch über die Menschenwürde. Heilig heisst im katholischen Sinn nicht, dass man perfekt ist, moralisch, sondern dass man gottgemäss, möglichst gottnahe handelt. Das heisst heilig. Ich wollte das noch erklären für alle, die das Wort vielleicht moralisch verstehen, als man ist dann sauber, niemand hat eine saubere Weste, oder? Nein, wir sind alle Sünder und alle schwach. Aber wir müssen uns bemühen und anstrengen. Danke für dieses Gespräch, Bischof Marian, es war wunderbar. Danke auch. Und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Dies waren die Menschenbilder der Sendung im Kontrafunk. Mein Name ist Giuseppe Grazia. Ich hoffe, Sie sind auch nächstes Mal wieder dabei und ich wünsche Ihnen in der Zwischenzeit eine gute Zeit mit viel Heiligkeit im Sinne von Gottesnähe. Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunkbeitrag www.kontrafunk.radio